hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play bf3 multiplayer modus wir spielen die karte altmetall und zwar ähm was spielen wir denn eroberung vorherrschaft und ich vollidiot habe sniper genommen und ist auf der karte damals hast du ja genommen wegen den packs ja wegen rasch genau welche mal von dem wir denn gehen wir mal wieder auf die geile f2000 hier ist ja alles mal wieder ein bisschen enger wir müssen punkte einnehmen oh gott na das war schon mal optimaler geiler start 3.500 die kenne ich auch schon häufiger wir haben eigentlich ein bisschen was umgestellten nicht mehr so einfach ist es hinterher ja ein paar leute habe ich ja noch meinen groß das so wird los einer deiner bros jetzt nicht so stark in der tüttelten zu machen 4 Fakten bekommen über all die Muschies diesen echt stark die füchern nur für Klinge in Boten und schreibt so eine Entschuldigung nicht das war Punkt so und ich wieder soll er auch hier war ich hier sie dann ab und jeder vorliegen in dem Leben Ich spiele nur den Sunny nie, aber der hat die geile Waffe hier, ja toll, belebt mich und ich sterbe, was müssen wir überhaupt einnehmen, ich habe doch nichts gesehen, was ich einnehmen kann. Es gibt drei nicht gerade gut versteckte Punkte auf der Map. Wir müssen den wegsnacken und den wegsnacken und den wegsnacken, weil da habe ich nicht wegsnackt. Ich habe mich aber. Ja, nein, Sam. Da war einfach mal draufgehalten, ohne anzuweseln. Ja, jetzt haben wir einen Punkt eingenommen, ist das nicht toll? So, weiter geht's zu. Ah. Oh, Mann. Über die Rohre. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Fick dich! Ha! Komm, ich mach mal hier so ein Medipack. Ja, ich auch. Haben wir gerne. Aber weg zwei. Da wird halt besser, habe ich gehört. Du guckst den Eingang, ich guck den anderen. Okay, hat sich schon erlebt. Wir haben es geschafft. Bam! Verkur oder was? So, und jetzt haben wir noch C, was fehlt? Na, ach, das war nubig. Da unten drin? Nein. Oh, ja. Da. Dann join ich mal bei dir. Loll! Ich glaube, da kommen sofort wieder zu dir. Ja, und da sitzen die alle. Na! Haben die mich übersehen, oder was? Hat der Workflow sich mal wieder gefreut, seit ich drauf gegangen bin? Ich finde das nicht in Ordnung. Wenn Leute so schaden... Oh mein Gott! Ja, noch mehr Leute von hinten, ist klar. Wieso schießt der Typ hier auf mich? Da will ich den retten und dann schießt der die ganze Zeit wie so ein Bekloppte auf mich. Ja, hätte sie gerne eine Wiederbelebung. Ja und danke. Leute, ganz günstig. Schiff, du Arsch. Ja, reicht mal. Mit einem Mann draufgeballert. Wuuuh! Da war doch einer. Ne, ich will zurück. Oh mein Gott! Der Schaden, ich krieg! Oh, wie sind alle wieder raus? Ohlala, die Granat hab ich nicht gesehen. Wo kam die denn jetzt alle von hinten, oder was? Ist ja falsch. Irgendwie ist der Workflow mein Nemesis. Der hat mich jetzt schon ein paar Mal getötet. Oh, uns gehört überhaupt gar kein Punkt. Der schießt auch nicht auf andere. So. Der hat sein Aimboard so programmiert, dass der nur auf mich schießt. Nein, der hat dich, der hat halt so programmiert, dass immer so ein Pfeil da bei dir ist. Findet der dich auch immer direkt? Ja genau, was wollen die denn alle hier? Ja, das hast du dir wohl so gedacht, du Mutter. Wo kommt denn? Ach fuck, die Granatete kommt so weit. Ich unterschätze irgendwie gerade in diesem Spiel die Granaten. Die werfen ja auch wie die Bekloppten. Ja, von dem anderen Gebäude her. Mach ich auch mal. Vielleicht krieg ich ja einen. Ja, mich haben sie gekillt. Ich habe jetzt aber auch schon echt lange nicht mehr gespielt. das bringt er vom dach und killt mich auf jeden fall ein Wettbewerb um ein und zu gehässig sein dieser Prozent ein bisschen aber ein Wiesbaden die Stift direkt ne also 4 wenn man noch tun und wird er die habe ich im Samstag ein gegeben wo kommen die denn alle her ich bin voll der berserker, okay ich bin ein toter berserker hammergeld, ich wurde wiederbelebt ey, hört mal auf, die Leute nigger zu nennen im Chat das ist nicht in Ordnung guck mal, das ist eine der wenigen diese antisemitischen Äußerungen eine der wenigen Male, wo ich tatsächlich dieses Wort sagen darf ohne dass es mir ein schlechtes Gewissen haben muss irgendwie habe ich gerade Probleme mit der F2000 der fehlt mir irgendwie an Durchschlagskraft gerade oder ich bin gerade einfach zu scheiße mir fehlt einfach Munition, weil so viele Gegner vor allem ständig stehen was heißt der Sinn? ja, genau von wo bleibt der denn? fick dich ich glaube die Treppe, da ist so ein kleiner Flaschenhals, kann das sein? oh ja kill! nein, doch nicht friss das, Granatenfresser! oh Gott oh mein Gott was bist du denn da für ein Cheater-Posy? naja, ich wollte gucken, ob die, deine Töter, äh, aus dem Besteck kommen meine Töter? ja, drei Leute mein Name ist Monsterkill3 und ich werde mit Peepmonstermäßig gekillt mal scheiße 8,15 haben wir da ist nicht ich muss immer wieder Punkte mal einnehmen können C, wie komm ich da hin? nach unten, okay wenn ich schon keine Kills mache Loll danke ich bin gern gesteht mal 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 k ja, wir haben einfach die Pistole raus und ballern ich habe schon mal eine genade hoch, mal gucken ob das klappt nein, dann unten war noch einer mein Gott, wo die alle herkommen Leute, ich hab dich wiederbelebt, töten! Töten! Ja, ich will mich wieder! Okay, kannst mich nicht mehr wiederbelebt. Alles in Ordnung. Aber nice. Nice, jetzt haben wir die richtig geil. Ne, aber nicht, wir müssen immer noch da hoch. Okay, macht aber nix. Na, haha, auf die Entfernung! Einfach mal rüber geaimt. Okay, F2000 ist offensichtlich beliebt. Oh, vielen Dank. Ein Schuss noch im Lauf. Ah, Mann, er ist. Das suchen wir mal an. Aber sowas von... Oh nein, da kommt einer! So, weide Scheiß. Da kommt noch einer! Wo bist du? Ist egal, da kommt noch einer. Nein! Nein! Nein, hat er nicht gemessert. Hat gemessert! Das ist ja frech. Das ist hammerfrech. Wieso verlieren wir denn so dick? Weil wir gerade nicht gut sind. Und weil ich die Leute irgendwie gerade ganz schön schlecht sehe, ehrlich gesagt. Ey, die hier mit ihrer komischen Lampe rumrennen war, die hasse ich ja alle besonders. Das ist krass. Das ist nur einmal geblendet. Schnell C holen, schnell Punkt holen, Punkt holen. Jawohl, geht mir Punkt, geht mir Punkt. Jawohl. C haben wir schon mal. Egal, wir verlieren eh sich gerade. Das ist irgendwie dauerlich doch. Ein bisschen übel, was wir hier an Punkten verloren haben. Der erste von uns hat 7.500 Punkte, der zweite 5.400. Das ist nicht so gut. Das spricht nicht für uns. Nope. Ach man, wo sie alle stecken, ey, überliegen so und kämpfen. Überliegen so und kämpfen. Überliegen so und kämpfen. Ja, das war ein Schrittfliehender raus. Das war ein echt Scheißspiel. Schade, schade Schokolade, aber trotzdem wieder mal ein bisschen Fang gemacht. Ja, das ist ja so. Kann man denn mit 11.19 so weit vorne liegen? Ja, ein bisschen neidisch. Nee. Nicht auf die Karte, das stimmt. Ja, viele Punkte angenommen. Aber tausend Punkte mehr? Auf jeden Fall um dieser Cheetah. Ach so, doppelte Erfahrungswoche ist ja weg. Oh Peter, das war schon lange. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht erbrechen. Bedankt für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hau rein, Leute.